Einheit A Um die Einheit A montieren zu können, wird in die bereits montierten Boden- und Deckenprofile ein H-Profilständer Typ HG eingesetzt. Danach schieben Sie einen der zwei Querträger Typ DGW auf die Höhe von 1200 mm zwischen den eingesetzten H-Profilständer und einem zweiten noch einzusetzenden H-Profilständer Typ HG. Danach wird der zweite Querträger auf eine Höhe von 2387 mm in die inzwischen montierten H-Profile eingesetzt. Nachdem die beiden Querträger eingesetzt sind, nun kann das erste Wandpanel auf eine der beiden Seiten in das Unterprofil und durch Biegen des Paneels in das Oberprofil geschoben werden. Als nächster Schritt erfolgt das Einsetzen der Isolierung und danach wird das zweite Wandpanel auf die gleiche Weise auf der anderen Seite eingesetzt. Ihre Einheit A bzw. Wand ist nun fertig. Falls Sie die gleiche Wand neben die bereits montierte Wand stellen möchten, montieren Sie auf die beschriebene Weise weiter. Falls Sie aber an die Einheit A eine andere Einheit stellen wollen, sehen Sie erst unter dem Punkt Z-Profil nach, welcher Ständer für den richtigen Anschluss der beiden Einheiten benötigt wird.